Penelope Cruz war wütend auf Salma Hayek, denn sie hatte ihr nicht anvertraut, dass sie von Harvey Weinstein sexuell belästigt wurde. Die 54-jährige Darstellerin beschuldigte den in Ungnade gefallenen Filmmogul, der eine 23-jährige Haftstrafe wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung verbüßt, zuvor des unangemessenen Verhaltens, als sie 2002 an »Frieder« arbeiteten. Hayek bestand darauf, dass sie ihr Bestes tat, um ihre Freundin Penelope und ihre Karriere zu schützen. Indem sie ihr nicht erzählte, was passiert war. Einige Leute waren sehr wütend auf mich, wie Penelope Cruz, aber ich habe sie beschützt. Ich behielt ein Auge auf ihre Interaktion und er ging nie auf sie los. Sie, Miramax, haben die besten Filme gemacht. Sie, Penelope, hatte nicht mein Problem und wenn ich es ihr gesagt hätte, hätte es ihre Auswahl an Dingen beeinflusst, die gut für ihre Karriere gewesen wären. Rechfertigt sich Salma Ich hatte gedacht, dass es vollständig geheilt sei, aber es hatte sich nur versteckt. Es kam zurück, aus dem Nichts, und ich brauchte lange Zeit, um zu verstehen, wie ich damit umgehen musste. Musik 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 Musik